So, Kowalski, Sie glauben also, Sie könnten weiterhin schweigen, was? Wie wär's denn hiermit? Können Sie mir das vielleicht irgendwie erklären? Da waren Amateure am Werk. Ich konnte das so nicht stehen lassen. Wer so etwas macht, hat das Handwerk nie geliebt. Also hab ich den Hammer genommen und zugeschlagen. Hey, hey, mir mal wieder zugeschlagen. Hab ich mir die Tigersäge geschnappt und alles fein säuberlich zerlegt. Das Gas aufgedreht, die Amateuren abgewischt und Feuer gemacht. Weißkalt. Ja, das war's. Kowalski, Sie haben doch eine Schraube locker. Nicht mehr. Zum Teufel haben Sie das gelernt. Hey, das ist unser Mann. Sie suchen auch einen Profi für Bad und Heizung? Kommen Sie jetzt zum Experten.